Wir sehen, dass die Sahaba, und das ist eine Sache, die heute wahrscheinlich keiner mehr praktiziert, dass die Sahaba, auch wenn einige Gelehrte hier über die Ketten sich uneinig sind, ob das wirklich authentisch ist, aber viele sehen es aus authentisch an, dass die Sahaba, wenn sie sich getroffen haben und sich dann getrennt haben, wenn sie sich sozusagen verabschiedet haben, dann haben sie jedes Mal, wenn sie sich verabschiedet haben, diese Sura gelesen. Also sozusagen vor dieser anderen Person. Wir sehen uns, Assalamu alaikum, und davor noch was? Diese Sura rezitiert. Als was? Als Ermahnung. Als Ermahnung hinsichtlich dem, was in dieser Sura steckt.